Hallo, mein Name ist Yabi und herzlich willkommen zum Halloween-Special. Anz und MMP waren bei mir in der Stadt und haben mich spontan gefragt, ob ich nicht Lust habe, ein Video mit denen aufzunehmen. Ich habe ihren Kanal relativ früh entdeckt und habe gedacht, ja, warum nicht, dann kriegen die vielleicht auch ein paar mehr Abonnenten. Leider hat der Mitch keine Zeit und konnte dann so nicht mitspielen, aber bevor jetzt alle abschaltet. Wir haben Zuschauer gefragt, ob er Lust hat, mitzuspielen. Und ja, es wird dann somit der erste Part mit vier Leuten. Wir spielen Nintendoland und da das Luigi-Minispiel. Ja, ähm, Intro. Ja. Mit Yabi und Kromos. Gut, legen wir los. Nintendoland. Knarzt, knarzt, knarzt. Wir haben extra die knarzenden Stühle, weil die so gruselig sind. Los geht's, Mario, los geht's. Los geht's. Dann werden die paar schnaufen. Ja! So sind die Parts von denen. Äh, ich bin auf dem Gamepad. Ich ist Yabi. Wir haben gar keinen Butler, doch, wir haben einen Butler. Future Yabi nochmal. Hier erklärt Ernst die Regeln, aber ich werde die nachher noch ein bisschen genauer erläutern. Ja, also es geht darum, dass wir, man spürt hier die, äh, Presence von dem Geister, Yabi. Man spürt im, im Controller, spürt man, wie es vibriert. Wow! Man muss ihn eben anleuchten. Der ist hier irgendwo. Ja! Wenn man ihn anleuchtet, wie ist er? Der ist runter, der ist runter. Ja, ja. Was? Ja, der Butler, der hilft uns mega gerade. Der ist hier. Der ist hier irgendwo. Ja, was? Ich hab, ich wollte gerade leuchten. Oh nein. Ja, aber das ist schön gemacht. Nein! Ich werde gleich wieder zuschlagen. Okay, also. Unsere drei Helden. Und Monita. Gegen den Geist. Der muss versuchen, alle drei einzufangen. Wenn er angeleuchtet wird, verliert er oben hier die Leben. Bei null verliert er natürlich. Umso näher der Geist an einem ist, umso mehr vibriert der Controller. Sollte eine Taschenlampe leer gehen, erscheint eine Batterie irgendwo auf der Karte. Ab und zu auch eine Mega-Batterie. Okay, viel Spaß. Der ist hier irgendwo. Hilfe! Nehmen wir die Batterie. Yeah, du. Der ist hier oben. Und... Nein, ich bin tot! Nein! Das ist eigentlich... Ey, yeah. Warum hat man eigentlich keinen Staubsauger wie in Luigi's Mansion? Das wäre doch auch geil. So, braun. Hier habe ich mein Mi geändert. Von dem hier zu dem hier. Nur falls ihr euch wundert. Okay. Werden die Maps eigentlich gruseliger? Nee, ich finde, das ist eigentlich schon fast wahrscheinlich die gruseligste Map. Das gruselige Hotelzimmer. Bei mir vibriert es Birre. Der kommt nicht raus. Der ist hier weg, oder? Nein! Ja, wir haben den immer noch... Ja, der kann nicht... Nein, meinst du noch? Das war so unfaithed, Alter. Dann könntest du da drauf reinfallen. Ich denke gerade nicht nach. Alter, bei wem vibriert es so arg? Was? Hä? Ich habe doch voll auf dich drauf geleuchtet. Mach den zurück. Ja, der ist direkt dabei euch. Der ist direkt... Der ist direkt dabei euch. Bei mir ist er richtig nah. Der ist richtig nah bei mir. Der ist direkt bei mir. Luis, du musst auch hinter dich leuchten. Achtung, bei mir ist er gerade direkt. Der ist direkt bei mir. Ja, geil. Ich habe kurz gedacht, er ist vielleicht hinter mir. Achtung, Achtung, Achtung! Nein, das geht ja gar nicht. Okay, Zeit für einen Power-Move. Wir machen mit dem, oder? Ich meine, warum nicht? Ja, klar, warum nicht? Jetzt weg. Oh, was? Die sind alle auf einem Fluch. Ja, das geht richtig lang. Kann sein, dass die kommen, wenn... Nein, die brauche ich, die brauche ich auch. Ja, ja. Der macht den schon wieder. Der macht dich schon wieder. Oh, habe ich eins? Oh, was? Geil, ja. Wie lange hält denn das? Wie lange hält denn das? Was ist das? Was? Ich habe es doch gemacht. Kill ihn. Hä? Was hast du gemacht? Ich habe keine Lampe. Achso. Oh. Easy. Der steht da mit seinem Schnurrbauch. Ich bin Schnurrbauch. Das ist die Schnauze. Den habe ich auch schon geändert mittlerweile. Mach doch mal ein Päuschen. Wir spielen schon seit 10 Stunden. Runde 2. Runde 2. Jetzt hat er geistesrichtige Jagdgefühl. Der wird jetzt richtig gejagt. Rund klicken. Geil. Hier unten. Oder hinten. Ja, dann leuchtet die ganze Zeit. Jeder will da hinten raus, vermutlich. Arne, bleib da. Der ist hier irgendwo. Bei mir. Bei mir. Der wird richtig stark. Ja, da oben. Bleib doch Arne. Was machst du? Du hast da oben fallen. Achtung. Der ist irgendwo da unten, glaube ich. Ne, hier ist er nicht. Oh, wir sind viel zu aufgetrennt. Luis. Hier bei mir. Ich glaube, der ist da oben. Kommt zurück, Luis. Kommt zurück. Kommt, ihr zu mir. Sie priet, hier bei mir. Dann ist er irgendwo da, ja. Nein. Man hört es mit den Kopfhörern, wo er hingeht. Ja, stimmt. Stereo. Ich bin so blöd, dass... Ach, komm. Ich bin so schlecht als gar nicht. Dass die Lampen, halt die Batterien kommen ja einfach raus. Und sich aufsparen. Das ist der wie bei Slenderman. Oh, da unten ist er. Ja, Slender hieß das, ja. Das Spiel damals. Ja, wir haben angekesselt. Wow, er ist hier. Wow, hey, was? Wie ist der da hingekommen? Wow, du hast ihn. Der ist bei mir, der ist bei mir. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Jetzt wieder, da ist er, der ist unten. Ja, bei mir. Der kommt von oben, Jan, der kommt von oben. Kommt nicht. Jan Mogel. Da, der kommt von unten. Nein, ich bin der. Nein, ich bin der. Wuhu. Wo, no, no. Regie, um uns die unsloh, zackt er da drin. Das ist unmöglich, das ist möglich geworden. Ant ist dran. Jetzt kann ich ihn hier nochmal alles machen. L und R gleichzeitig macht diesen Mega-Power-Mut. Ich glaube der ist im mittleren Raum hier. Oh bei mir sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr. Oh bei mir! Wow das... Hä? Wo bist du? Hier irgendwo. Wir haben glaube ich eingekesselt. Jetzt nicht mehr. Oh da, wer war da? Mike leuchte, leuchte Mike! Ja, lass mich in Ruhe! Das Baden ist eigentlich auch krass. Da sitzt ja eine Fähigkeit an. Ja. Schnell weg. Was? Nein! Hier wollen wir? Ach was? Nein! Weg langs nicht oben, jetzt ist er schon ein Kieles. Hier ist er irgendwo. Hilfe! wissen wir auch gleich jetzt von unten raus? Das hier Geisterterrit Ja. Unten weiter oder? Da bleibt lung drin. Nein! Ich lass's dir zwar ausdrücken sein, es nur raus drissezchen. Weißt du, ist Fenner auch? Das ist hier oben. Aaah! Leuchte, es ist jetzt gleich geläuchttet? Ja, nicht der ist gleich geläucht. Immer noch hier. Nein, was? Ich dachte so schlecht, selber gut. Hilfe, Hilfe, nein! Oh, oh, sieht nicht gut aus. Ja, nein, ja, nein, ja! Okay, das kennt ihr jetzt. Das ist das Crank. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut, Jan. Meine Untoten, ich treue mich. Schnell! Nein, das ist erledigt. Ja, ich such zu und tschüss. Bin ich der Erste, der verloren hat? Ja. Schein Ding. Ja, ich hab doch auch verloren. Aber er ist da auch nicht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.